Hallo bei musikmachen.de, der Max hier. Wir sind bei Phonik, haben ein super Mischpult im Angebot. Ralf, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Ja, wir stehen hier vor dem neuen IS-16 Digital Mixer von Phonik. Das ist der Nachfolger vom ziemlich erfolgreichen Summit. Innen drin schlägt ein völlig neues Herz, also ein wesentlich schnellerer Prozessor, der das Gerät ca. dreimal so schnell macht wie der Summit. Also die Bedienung ist dadurch schneller geworden. Audio-technisch war auch schon der Summit sehr schnell. Das IS-16 gehört wirklich zu den schnellsten Pulten, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Also die Latenzzeit von Eingang bis Ausgang ist geringer als 0,6 Millisekunden. Damit ist es eigentlich in der absoluten Profiliga. Preislich liegen wir allerdings wo ganz anders, weil dieses Pult wird einen Straßenpreis von 1.499 Euro haben. Wir haben einen Pult mit 16 Motorfader. 16 Eingängen, hier ist die analoge Sektion mit Inserts und dann wird ganz normal gewandelt mit 24 Bit, 96 Kilohertz, 40 Bit Fließkommaverarbeitung intern. Dynamikprozessoren für jeden Eingang und jeden Ausgang. Wir haben 10 Ausgänge, also 2 Masterausgänge und 8 Multi-Ausgänge, die man frei belegen kann mit AUX-Wägen oder Gruppen. Pro Kanal, Eingang und auch Ausgang habe ich 4-fach parametrische EQs. In der Summe habe ich 31 Band Grafik-EQs. Ich habe zwei Effektprozessoren an Bord. Ich kann einen externen Monitor anschließen, wie das hier auch gerade der Fall ist. Ich kann eine Maus anschließen, sodass ich nicht unbedingt das Touchscreen benutzen muss, was dieser Mixer ja auch hat. Ich kann ja genauso gut hier per Touchscreen meine Bewegungen machen, EQ einstellen oder was auch immer ich gerade hier machen will. Touchscreen oder Bildschirm. Nicht schlecht und auch iPad sehe ich gerade. Ja, es gibt natürlich auch eine App. So, jetzt muss ich gerade wieder alles entsperren. Also es gibt eine App, die im Prinzip kann ich damit genau alles das machen, was ich auch auf dem Pult machen kann. Ja, EQs einstellen, Level einstellen. Also das heißt, ich kann irgendwo im Saal rumgehen und den Sound mixen. Ich bin nicht mehr auf einen FOH-Platz gebunden oder Monitor-mäßig oder so. Das ist natürlich eine coole Sache. Super cool, ihr habt es gehört. Professionelles Equipment für wenig Geld, also ran. Danke. Gern geschehen. Sirene 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 Vielen Dank.